Ich glaube, du hast ihn ermordet, weil er dir beigebracht hat, Emotionen zu simulieren. Und dann geriet alles außer Kontrolle. Ich habe ihn nicht ermordet. Ja, aber simulierte Emotionen eignen sich möglicherweise nicht so gut für Robots. Ich habe ihn nicht ermordet. Scheiße, ich will doch auch nicht, dass mein Toaster oder Staubsauger irgendwelche Emotionen hat. Ich habe ihn nicht ermordet! Diese nennt man Wut. Hast du schon mal Wut simuliert?